Hallo, mein Name ist Andreas Kranz und wir schauen uns heute den Import-Dialog in Lightroom nochmal etwas genauer an. So, wir haben ja schon gelernt, wie wir in Lightroom Bilder importieren, indem wir unsere Speicherkarte aus der Kamera in den Kartenleser einstecken oder die Kamera anschließen. Die Fotos werden auf unserer Festplatte kopiert, wir haben ein Ziel angegeben und Lightroom hat diese Bilder erkannt. In der Zwischenzeit ist bei mir auch eine etwas größere Ordnerstruktur entstanden. Ich habe einige Bilder in Lightroom eingefügt und wie man sieht, ist meine Ordnerstruktur so, dass ich diese nach Jahren ordne und innerhalb dieser Jahre blätter ich das dann nach unten über Themen und innerhalb dieser Themen gibt es dann Aufnahmedaten oder Aufnahmetage, so muss man es sagen. Also Unterordner mit Aufnahmetagen. Ich habe hier 2013 gerade ein paar Bilder von Kuchen importiert, habe einen Unterordner Kochen und Backen erstellt und möchte nun, dass diese Bilder in Kochen und Backen verschoben werden. Auch das habe ich euch schon gezeigt. Einfach die Ordner markieren und in den entsprechenden Unterordner verschieben. Und weil das hier sich nicht nur um Kochen und Backen dreht, sondern dann nur ums Gebäck, mache ich im Ordner Kochen und Backen wieder einen neuen Unterordner, nenne den Gebäck und verschiebe nochmal meine Unterordner mit den Aufnahmedatums, wie nennt man es, Datums, Daten, Datums in Gebäck. Ja und so sieht meine Ordnerstruktur immer aus. Ich habe ein Jahresdatum, habe darunter ein Thema, vielleicht noch ein Thema unten drunter und dann die Aufnahmen nach Datum sortiert. Wir wollen uns aber jetzt hier nochmal um den Importieren-Dialog kümmern. Ich befinde mich in der Bibliothek, gehe unten wieder auf Importieren und wir schauen uns diesen Import-Dialog nochmal etwas genauer an. Wenn ich meine Kamera angeschlossen habe oder meinen Kartenleser, dann haben wir ja nur die Möglichkeit, die Daten zu kopieren. Hier links haben wir unsere Quelle, woher kommen die Daten, in dem Fall von der Kamera oder dem Kartenleser. Auf der rechten Seite haben wir unser Ziel und um das Ziel müssen wir uns jedes Mal kümmern, sonst gibt es später Durcheinander und wir haben keine Ordnerstruktur, sondern ein Chaos und finden unsere Bilder wieder nicht. Das wollen wir nicht, deshalb jedes Mal, wenn wir unsere Bilddaten kopieren, machen wir uns kurz Gedanken, wohin wollen wir die eigentlich kopieren. Das Ganze findet physikalisch statt, also die Daten werden tatsächlich auf der Festplatte in einer solchen Ordnerstruktur hinterlegt. Die könnt ihr auch auf eurer Festplatte euch so anschauen. Und ich habe es auch schon gesagt, ändert bitte diese Ordnerstruktur nur in Lightroom, denn nur dann behält Lightroom auch die Verknüpfung zu den Bildern. Ihr seht jetzt, dass wir von dieser Speicherkarte schon jede Menge Bilder importiert haben, die, die importiert wurden, werden uns ausgegraut und das entscheiden wir hier oben im Reiter Dateiverwaltung. Ich mache mal das Ziel zu, die Dateiverwaltung auf, denn hier ist ein Haken gesetzt, der sagt, mögliche Duplikate nicht importieren. Wir wollen ja nicht jedes Bild dreimal auf der Festplatte haben. Ihr habt auf eurer Speicherkarte drei Fotos, möchtet die schnell in Lightroom importieren, knipst fünf weitere und jedes Mal würdet ihr quasi eure alten Bilder, die ihr schon importiert habt, mit importieren. Das macht keinen Sinn, deshalb empfehle ich diesen Haken zu lassen. Dann gucken wir uns noch gerade die zwei anderen Punkten an. Ihr habt hier die Möglichkeit, eine zweite Kopie an einem anderen Standort auf eurer Festplatte zu hinterlegen. Das macht Sinn, wenn ihr eine Sicherheitskopie haben wollt. Wenn es wertvolle Daten sind, könnt ihr die Bilddaten, die Originalbilddaten, nicht nur an einem Ort auf eure Festplatte legen, sondern auch auf eine andere Festplatte und habt damit eine Sicherheitskopie. Der erste Punkt sind Smart-Vorschauen. Nun, Lightroom erstellt ja Vorschauen, aber wenn ihr zum Beispiel mit einer Wechselfestplatte arbeitet und diese von eurem Computer trennt, dann stehen euch die Originalbilddaten nicht mehr zur Verfügung und ihr habt nicht die Möglichkeit, diese Bilder, auch wenn sie noch angezeigt werden, zu entwickeln. Anders ist es, wenn wir während des Kopiervorganges sagen, ich hätte gerne eine Smart-Vorschau, dann wird nicht nur eine Vorschau erstellt, sondern eine kleine DNG-Datei, also sprich eine RAW-Datei als Kopie von eurem Original. Die ist etwas kleiner als das Original, aber ihr habt die Möglichkeit, auf dieser RAW-Datei alle Entwicklungsvorstellungen oder Einstellungen vorzunehmen, als würdet ihr am Original arbeiten. Und wenn ihr dann später eure Festplatte wieder anklemmt, habt ihr die Einstellungen schon auf der Original-Datei und könnt diese ausgeben. Das machen wir auch mal weg. Nun, hier oben haben wir ja noch die Möglichkeit, als DNG zu kopieren. Viele Kameras oder alle Kameras nutzen ihr eigenes RAW-Format. Meine Sony nutzt hier das ARW-Format. Das wird von Lightroom erkannt, zumindest in der Version 5. Ich nutze Adobe Lightroom und Photoshop in CC, sodass ich da auf dem aktuellsten Stand bin. Andere RAW-Converter, wenn ihr noch mit anderen RAW-Entwicklern arbeitet, haben vielleicht das Problem, dass die nicht ganz auf einem neuen Stand sind und können dann euer kameraspezifisches Format nicht lesen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, aus eurer ARW-Datei eine DNG-Datei zu machen. Im Grunde wird die RAW-Datei umkonvertiert in ein allgemeinverbindliches DNG-Format und das kann dann auch in der Regel jedes Programm öffnen. Ein zweiter Vorteil von DNG ist, wenn ihr normalerweise zum Beispiel in Camera RAW eure RAW-Daten bearbeitet, wird eine XMP-Datei zusätzlich angelegt, also eine Einstellungsdatei und ihr habt zwei Dateien, die für dieses Bild zuständig sind. Bei DNG bleibt es bei einer, denn diese Einstellungsdaten werden mit in die DNG-Datei geschrieben. Kann man machen. Wir wollen uns aber jetzt hier eher mit Kopieren, Verschieben, Hinzufügen beschäftigen. Und ihr seht, Verschieben, Hinzufügen ist ausgegraut, weil wir ja unsere Speicherkarte angeschlossen haben und Lightroom keine Daten auf einer Speicherkarte löschen möchten. Was bedeutet Verschieben und Hinzufügen? Verschieben heißt, die Daten werden auf eurer Quelle gelöscht und in euer Ziel geschrieben. Bei Hinzufügen ist es so, dass die Quelle und das Ziel ein und dasselbe ist, sprich, ihr habt eine Dateistruktur auf eurer Festplatte und möchtet diese auch nicht ändern. Die Daten können da liegen bleiben, aber Lightroom soll eure Bilddaten in den Katalog aufnehmen und das könnt ihr mit dem Hinzufügen-Button machen. Das machen wir jetzt auch mal im Detail. Weil ich habe auch alte Fotos, die ich noch nicht in Lightroom importiert habe, weil ich natürlich früher auch nicht mit Lightroom gearbeitet habe und hatte meine eigene krude Ordnerstruktur. Bin aber jetzt dabei, meine alten Fotos neu zu organisieren. Nach meiner Art, wie ich sie denn zumindest jetzt gerade für richtig halte und auch ganz gut damit fahre. Diese alten Daten suche ich jetzt mal. Ich habe hier, mal gucken, was wir hier haben. Ja, da finde ich zum Beispiel Köstlichkeiten. Ich habe hier ein paar Fotos gemacht von Dingen, die wir mal gebacken haben oder gegrillt haben. Und natürlich sind das alte Erinnerungsfotos, teilweise auch aktuellere. Und die möchte ich auch in Lightroom verwalten, denn Lightroom soll mir den Überblick über meinen kompletten Fotobestand geben. Ich habe hier zwei Fotos von, ja, so einer Erdbeertorte und so kleinen Törtchen. Und die Fotos sind entstanden 2014, also noch gar nicht so alt, im Mai. Noch mit meiner alten kleinen Kamera. Und das, was ich machen möchte, ist, ich möchte sie aus diesem Ordner entfernen und in meine neue Dateistruktur verschieben. Das heißt, ich gehe hier nicht auf Kopieren, sonst wird mir ein Duplikat erstellt und ich habe das Ganze zweimal auf der Festplatte, sondern ich gehe auf Verschieben. Und was wir dringend machen müssen, ist natürlich wieder unser Ziel festlegen. Ich bin also hier auf meiner Fotofestplatte und sehe, dass die Fotos 2014 gemacht wurden. Da habe ich bereits irgendwo einen Ordner Kochen und Backen, da ist er. Und das Ganze ist Gebackenes, das heißt, ich möchte die Sachen in den Ordner Gebackenes legen, klicke das an und muss jetzt noch schauen, dass er mir keinen weiteren Unterordner anlegt. Diesen Haken mache ich weg und er wird mir einen Unterordner mit dem Datum anlegen. Wir haben hier zwei verschiedene Aufnahme-Datums und er wird mir auch zwei Ordner anlegen. Und das gefällt mir so und ich sage Importieren. Was jetzt passiert, die Daten werden mir auf meiner Quelle gelöscht und in meinen neuen Speicherort hineingeschrieben. Ich möchte jetzt, bevor wir das machen, noch kurz auf die anderen Reiter hier eingehen. In die Dateiverwaltung haben wir ja schon geschaut. Und ich bin auch in der Lage, Dateien umzubenennen. Das mache ich auch. Ich möchte nämlich, dass mir vor meinen Dateinamen ein Datum geschrieben wird. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, andere Vorlagen zu nehmen. Ich kann einen benutzerdefinierten Namen vor meine Zahl setzen. Ich kann sie ganz umbenennen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr habt die Möglichkeit, hier einen festen Workflow zu hinterlegen. Und meine neue Datei wird so aussehen, dass hier vorne ein Datum vorgesetzt ist. Und dann kommt der Original-Dateiname. Den letzten Reiter, den wir uns noch nicht angeschaut haben, ist, was soll während des Importvorganges angewendet werden. Und das ist ein ganz starkes Tool. Denn ihr seid hier zum einen in der Lage, erste Entwicklungen vorzunehmen. Also euer Bild bereits während des Importes zu entwickeln. Und ihr habt die Möglichkeit, Metadaten hinzuzufügen. Schauen wir uns erstmal die Entwicklungseinstellungen an. Wenn wir da rauf gehen, habt ihr zunächst mal die Entwicklungseinstellungen, die euch Lightroom vorgibt. Also Lightroom hat da schon einiges hinterlegt. Man könnte zum Beispiel eine Cross-Entwicklung machen. Das möchte ich nicht. Ihr könnt aber auch später eigene Entwicklungsvorgaben speichern. Diese dann hier über dieses Menü abrufen. Und dann alle Bilder nach diesem Schema während des Importvorganges entwickeln lassen. Also ein Beispiel. Ihr habt 25 Aufnahmen gemacht von einem Model auf der grünen Wiese. Und ihr kopiert euch zunächst mal ein Foto in Lightroom, was ihr schon mal vorentwickelt. Die Entwicklungseinstellungen speichert ihr. Und könnt sie dann hier abrufen. Und gleich auf die anderen 25 Bilder anwenden. Natürlich könnt ihr Entwicklungen, die gemacht wurden, jederzeit ändern. Also Lightroom arbeitet non-destruktiv. Das heißt, Entwicklungseinrichtungen, meinetwegen eine Korrektur in der Belichtung, eine Tonvektor-Korrektur und eine Farbkorrektur und ähnliches, die ihr hier schon bereits während dem Importvorgang anwendet, könnt ihr jederzeit korrigieren. Weil die Originaldaten euch immer erhalten bleiben. Das ist das eine. Ich gehe hier nochmal raus, weil ich persönlich gehe lieber hin und entwickle am Blog nachher in der Bibliothek. Das zeige ich euch später, wie das geht. Aber ihr habt hier die Möglichkeit. Was ich mache, ist bereits jetzt schon Metadaten einzufügen. Wenn ihr Metadaten einfügen möchtet, zum Beispiel euer Copyright, was ja in der Regel nicht mit im Bild enthalten ist, nur teure Kameras können das, und ihr möchtet sagen, das Bild ist von mir, vom Andreas Kranz, und die Weitergabe ist nicht erlaubt, dann könnt ihr hier neue Metadaten anlegen. Ich mache das mal, ich gehe hier mal auf Neu, und ihr seht, dass ihr hier einen riesen Katalog an Angaben habt, die ihr pauschal euren Bildern zuordnen könnt. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Vorgaben speichern. Wir gehen mal hier in meine bereits erstellte Vorgabe, die habe ich Copyright genannt, und in diesem Copyright seht ihr hier in dem IPTC-Bereich Copyright steht Copyright bei Kranz Kreativ Andreas Kranz. Das bin ich. Die Bilder sind urheberrechtlich geschützt und eine Weitergabe und Veröffentlichung ist ohne meine Einwilligung untersagt. Meine Webseite ist hier noch angegeben. Und ihr könnt natürlich auch andere Dinge bereits hinterlegen, wie zum Beispiel eine Überschrift. Hier könnte man hinschreiben Gebackenes und könnte das dann auch als neue Vorgabe speichern. Ich nenne diese jetzt hier mal Gebackenes und meinen Bildern wird automatisch schon die Überschrift Gebackenes hinzugefügt. Ich sage mal Erstellen und wir haben uns jetzt hier eine neue Metadatenvorlage erstellt, Copyright und Gebackenes. Und ich weiß, bei Gebackenes habe ich das Copyright und die Überschrift Gebackenes mit drin. Wenn ich jetzt importiere, mein Ziel nochmal überprüfen, jawohl, da stimmt alles, kopiert ihr mir das Ganze in meinen Ordner 2014. Jetzt muss ich einmal zumachen, damit wir es finden. Kochen und Backen in den Unterordner Gebackenes und dann in den Unterordner des jeweiligen Aufnahmedatums. Und ihr seht hier, wenn wir auf das Bild gehen und gehen hier auf der rechten Seite in die Metadaten, wurde auch automatisch hier mein Copyright zugefügt, mein Copyright Status und irgendwo dürfte auch die Überschrift Gebackenes stehen. Wenn euch nicht alle Metadaten angezeigt werden, könnt ihr hier oben von Standard auf andere Metadatenbereiche zugreifen, sodass ihr euch hier im Grunde alles anzeigen könnt. Diese Metadaten sind wichtig, denn sie sind auch eine Rechtsgrundlage. Sie dienen dazu, euch als Eigentümer des Bildes zu deklarieren und euch damit auch vor Weitergaben im öffentlichen Raum zu schützen. Ein kleines Stichwort noch zu Facebook. Wenn ihr Bilder auf Facebook hochladet, müsst ihr wissen, dass ihr eure kompletten Bildrechte an Facebook übergebt. Ihr habt alle das Häkchen gesetzt, AGBs akzeptieren. Diese AGBs sind so dick wie das Kölner Telefonbuch und irgendwo darin steht, dass ihr eure Bilder, die ihr macht, willenlos Facebook übergebt. Theoretisch können die damit machen, was sie wollen. Das als Hinweis und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Deshalb nutzt für hochwertige Bilder unter Umständen andere Dienste, übergebt an Facebook nur runtergerechnete Daten, also kleine Bilder und eure Originalbilder bitte nicht an Facebook, sondern an andere Dienste wie 500pix oder ähnliches. Was mir jetzt noch nicht gefällt, ist, dass wir hier die Unterordner direkt unter Gebackenes haben, denn ich habe ja noch einen Unterordner Torten und das hier ist mit Sicherheit eine Torte. Überhaupt kein Problem. Ihr packt euch den Ordner, schiebt euch den in Torten und eure Struktur stimmt wieder. Das Ding schiebe ich jetzt auch mal unter Torten, weil man kann sich auch tot verzeichnissen. Ja und nochmal ganz kurz hier zum Einblick auf die Ordnerstruktur. Ihr habt hier wunderbar jetzt mit einer solchen Struktur die Möglichkeit, euch 2014 anzeigen zu lassen. Das sind dann schon jede Menge Bilder und umso weiter ihr nach unten geht, umso mehr selektiert ihr euch das dann auf das Bild, was ihr sucht. Ich denke, zum Import-Dialog haben wir jetzt erstmal genug gesagt. Ich gehe nochmal rein. Vielleicht fällt mir noch irgendwas auf. Ja, ihr könnt Import-Vorgaben speichern. Das hänge ich jetzt auch noch schnell unten dran. Also nochmal ganz schnell im Schnelldurchgang. Auf der linken Seite die Quelle, in der Mitte die Fotos, die ihr auswählen könnt. Ihr habt die Möglichkeit zu kopieren oder auch in RAW-Daten in ein DNG zu umzuwandeln beim Kopieren. Ihr könnt die Sachen verschieben oder auf eurem Speicherort belassen und lediglich dem Katalog hinzuzufügen. Dann habt ihr hier auf der rechten Seite die Möglichkeiten, Einstellungen in der Dateiverwaltung vorzunehmen. Ihr könnt die Datei umbenennen. Ihr könnt Metadaten und Entwicklungseinstellungen vornehmen. Und ganz wichtig ist immer das Ziel. Wenn ihr jetzt öfter mal Dinge importiert, die beim Import-Vorgang her gleich sind, könnt ihr euch hier auch Import-Vorgaben erstellen. Ich will da gar nicht lange drauf angehen. Ihr könntet das mal ausprobieren. Ihr macht hier Einstellungen, zum Beispiel bei den Metadaten, zum Beispiel im Verzeichnis und könnt dann diese Import-Vorgabe speichern und dann immer wieder abrufen. Das soll es gewesen sein. Ich denke, der Import von Bildern sollte jetzt einigermaßen verständlich sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unter das Video. Ich will gerne alles beantworten. Wir können dann in den nächsten Filmen endlich darauf eingehen, wie wir unsere Bilder in der Bibliothek noch besser organisieren. Wir werden eine Ad-Hoc-Entwicklung machen und gehen dann endlich auf das wahrscheinlich wichtigste Modul, nämlich die Entwicklung, ein. oder nach Aufgabe oder im mehr commencé Laschet Cond惜 und die Pers многoun Megan bei dir хватt. Wenn das einigermaßen numbered ist,